Willkommen zu einer weiteren Folge Waterlands 2 mit Roland und Schnorrer. Hallo Roland! Hallo! Wir müssen... Boing! Ich dachte jetzt, der hat wirklich gesprochen. Ach du bist so doof, ey. Genau! Hallo! So, hier ist noch eine Truhe. So und eine. Toll! Ey, warum sind denn hier leere Dinger? Ach so, weil eine Stoffe noch warte. Muss da eine leere Truhe? Ey, warte doch mal, ich will auch was von der leeren Truhe. Was hat der für eine leere Truhe? Ich hab doch schon von der leeren Truhe gesagt. Ach... Nein! Was? Ich dachte, es ist hier irgendwie so... Magazin oder so. Was waren... Ah! Hier, Munition wollte ich aufnehmen und hab dann den Blödsinn da mitgegangen. Hm, das kann natürlich passieren. Ist der schon aufgemacht? Oh... Wollt doch gucken, bin doch immer neugierig. Der Sniper... Ist das auch noch eine Granate? Ja. Mitnehmen. Oh, Drachenfestung. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht treffbar. Oh. 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 Alter, das sieht so komisch rot aus. Ja, aber... Ja, aber noch ein bisschen Mehrheit. Was Waffenwünsche angeht, seid ihr hier richtig? Du wirst die Königin doch nicht töten, bevor wir die Chance haben, sie zu retten, oder Tina? Ich sagte ja, keine Regeln. Was? Was? Ja. Du wirst doch hier so ein Laber-Typ... Ach so, jetzt muss er da ja noch hoch wahrscheinlich, wa? Ja, und wie sieht das so komisch rot aus? Der ist ja rot. Wie blutig, ey. Und warum? Wer hat mich da gerade angegriffen? Hä? Der Drache oder was? Wir sind nicht. Ja, da kommt noch Feuer von oben. Ich glaub ja, das stimmt so. Der hält ein bisschen aus. Oh! Du bist da. Ich weiß nicht, ob du diesen Hinweis hast. Aber du stehst schon wieder, wie? Er steht immer. Du bist ja der erstehende Meister, ey. Was schießt denn hier die Anzeige auf mich? Ey, zum Glück ist deiner ein Kumpel. Halt! Keine Bewege. Fast tot. Also ähnlich wie du da. Sehst du wieder? Alter, du bist so wieder alles vor mir. Da, kriegst du den? Nö. Den extra überhinein. Ich glaub, der Drache da, der macht ein bisschen Dauer. Kann man übrigens doch abschießen. Geht's auf einmal? Ja, bloß bei den Fahrstuhl wahrscheinlich. Der Innistown. Da kommen ja mehrere Drachen. Ich bin fast tot. Und sowas kriegt in Wissenschaft und Technik der Auswirkung. Oh, doch. Ja. Du auch? Nein. Ich glaub, das war sogar ich. Schon wieder? Nee, nee. Das ist der Drache von da oben. Oh, da links. Guck mal, was da neben uns steht. Habe ich hier noch irgendwas Schwaches, was ich umliegen kann? Super Bad Eskelett. Und das ist der letzte, der über ist. Er ist resistent gegen Slack. Dieser kleine Bastard. Und jetzt starten wir wieder im Keller, oder was? Nein, nein. Aber lustig wärs trotzdem, wir wissen. Wie ganz doll lustig. Wo ist er denn hin? Das sind auf Fatima? Nö. Er ist ja weg. Scheiß Drachen, können ich nicht mehr stillhalten. Wäre ich das Gefühl, wenn ein Spiel ruckelt gerade. Oh. 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 Meine Festplatte voll. Oh. Guckst aber auch nie, ne? Wie ich gucke. Ja, ob alles okay ist. Einfach mal direkt die Aufnahmen. Was? Oh nein. Ich hab's kommen sehen. Zum Glück hab ich nicht hingeguckt. Nicht hingeguckt, einfach nur aufgemacht, nicht hingeguckt. Und dann hab ich bis zur nächsten Treppe, äh, zur nächsten Tour gleich. Da hab ich das Spiel angegriffen. Oh. Schade. Das sah so gut aus. Das sah so gut aus. Derick, der mich doch schreien hören. Schreien? Kannst du schreien? Ja. Oder du bist eine Drache. Hallo, du bist eine Drache. Also wenn ich aufs Gebäude gucke gucke, ruckelt's nicht. Was red, oder? Okay, jetzt... weg. Au, jetzt kommt der Müd. Hä? Diegner? Na, didrache. hier ist ein super wette ist euer magier was dauert eine weile steckt mich mal er war und fliegt denn unser lüten das ist noch ein Unser Loot fliegt durch den Boden, siehst du das? Nö, aber es ist kein Loot. Toll, danke. Das war mein Ziel. Jetzt habe ich wieder auf den Drachen und schon nichts wieder anzupacken. Wird wieder gut. Oh, kurzes Update. Mir war langweilig. Also habe ich den Männern befreundet, den Königin doch zu töten. Wahrscheinlich spielen sie gerade mit ihrem Kopf Fußball. Bis bald. Ja, jetzt kommt auf einmal wieder der Loot-Guy an. Was? Es fällt wirklich durch den Boden, das habe ich gesehen. Das ist ja scheiße. Das ist nämlich eben hier auch schon die ganze Zeit. Da war Iridium dabei. Ja und Gold. Du mit deinem Gold immer. Und hier keine. Oh. Toll. Wunsch ich ja gar nichts mehr hier kaputt zu machen. Wenn alles wegfällt. Wenn er das nicht gleich aufnimmt. Oh. Hier ist mal einer oben in den Ingib. Ah. Jetzt mache ich die auf und dann kommt so ein Vieh nicht raus. Alter, was ist das denn? Ich habe jetzt hier mal benutzen. Was kam, was passiert? Und hier möge vielleicht belohnt werden. Weiß ich nicht. Wir sollen hier Opfergaben auf den Altar packen. Okay. Ich glaube da kannst du eine Waffe drauf packen. Kommt da und was raus oder so. Wo denn? Hier vorne wo das Feuer ist. Guck mal hier liegt ja so eine grüne. Ich nehme die mal. Schießt hier oder was? Wo steht denn hier was mit Opfergabe? Hä? Wo steht denn hier was mit Opfergabe? Ich habe das Ding gedreht und dann hat er gesagt Opfergabe. Geschafft. Eure Belohnung sei. Detonation. Oh oh. Das war's. Wir haben ja noch ein paar Waffen die noch. Hier sind noch Granaten. Oh. Eure Belohnung sei. Detonation. Ich glaube da passiert nichts weiter oder? Oder wir sehen es einfach nur nicht. Ja kann es nicht aussehen. Nimm mal die weiße Waffe. Ja da wird ja bestimmt noch mehr kommen. Diese Waffe soll euch gehören. Toll. Die ist gleich wieder verschwunden oder? Ah. Die hier. Die ist etwas schlechter als die die du genommen hattest ne? Die werfen wir gleich mal wieder rein. Was sind das ey? Wow. Ihr verdient nichts besseres als dieses Almosen. Geld? Lol. Wie viel herbeikriegt jetzt? Keine Ahnung. Zu viel war's dabei. Iridium war auch dabei. Was ist das hier noch? Die Pistole in der Weiße. Hast du noch was zum wegwerfen? Na hier oben liegen noch Waffen in der Küste. Ich gewähre euch. Eine Explosion. Das explodiert da unten. Wo sind hier Waffen noch? Oben. Hier rechts. Was? Aber der startet hier noch nicht ne? Was ist das oder? Ne. Wir müssen hier durch diesen Teleporter. Willst du dir nicht auch welche mitnehmen? Nö. Gut. Dann schmeiß mal die vier noch rein und dann machen wir Teleporter wa? Teleporter Action. Ich dachte hier passiert ein bisschen mehr. Hier so unbesiegbare Gegner kommen. Genau. Das war auch immer mein Traum. Der Glück ist euch heute. Nehmt diesen seltenen Gegenstand. Wow. Bei dem selten. Ist das blau? Blau ist selten? Blau ist äh... Na gut. Mittel. Ich würd grad sagen. Stopp. Schuss. Eure Belohnung sind... Blau. Diese Vollhot. Gegner? Tatsache. Du wolltest es. Komischerweise fällt jetzt nicht mehr durch, ne? Ne. Es war da hinten. Als das bei mir auch so geruckelt hat, ne? Dann bist du schuld. Ja, ja. Ich bin schuld. Also ich persönlich jetzt nicht, ja. Aber... kein Equipment. Wir verdienen nichts besseres als dieses Almosen. Yeah. Kohle, alter. Kein Iridium. So. Ich bin sehr enttäuscht. Ja. Manni, 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 Manni. Wirklich hatte... Vor... Vor... Vor unserer Aufnahmesfasche hatte ich... Und weit über 8 Millionen. Bin jetzt bei 6,8 oder so. Kannst du nicht mit Geld umgehen. Eure Belohnung sei... Detonation! Aber wo explodiert denn das immer? Weiß ich nicht. Das ist doch total... Vielleicht soll das bloß das Geräusch sein oder so. Oh. Ihr verdient nichts besseres als dieses Almosen. Was ist hier? Toll. Eure Belohnung sind... Diese Vollhocks! Das wird nicht gefallen. Und gleich unten. Na gut, das war's. Legfertig. Gut, da können wir auch... Können wir auch ein Folgenprässe machen, bevor wir den Teleporter benutzen. Ja, das können wir machen. Nicht dafür. Können wir noch schnell looten? Weißt du nicht, looten? Looten. Ja, ich denke mal, da kommen wir jetzt eh zum Endgegner, oder? Ja, ja, das geht mal von aus. Und das machen wir natürlich beim nächsten Mal. Wenn ich die anderen Kissen noch geöffnet habe. Das kannst du ja auch noch so machen. Ich bedanke mich. Spitze, bedanke mich. Tschüss. Tschüss.